Guten Tag, meine Damen und Herren von meiner Seite. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Praxisbeispiel, zu dem Thema, was Herr Audinger gerade vorgestellt hat. Ich hoffe, dass mir dieser nahtlose Übergang jetzt gelingt, Sie mitzunehmen in diese Erfahrungswelt, die wir hinter uns haben, ganz kurz noch mal zur Differenzierung. Wir machen auch tägliches Cutter-Coaching in diesen 1-zu-1-Beziehungen. Das, was ich Ihnen hier als Praxisbeispiel jetzt mitgebracht habe, da geht es darum, die Cutter als Führungswerkzeug einzusetzen, um Durchbruchsveränderungen, geplante Durchbruchsveränderungen zu erzielen. Das ist nicht diese inkrementale Stück-für-Stück-Optimierung, sondern da müssen Sie sich vorstellen, Sie stehen irgendwo hinten im Wendehammer einer Sackgasse und jetzt hätten Sie noch vielleicht die Chance, sich irgendwie die Bordstandkante hoch zu optimieren, aber Sie brauchen eigentlich eine andere Richtung. Also das ist jetzt dieser Fall. Sie müssen wirklich mal sehen, dass Sie das Rad tatsächlich neuer finden. Das meine ich hier mit Durchbruchsveränderungen. Und das führt natürlich automatisch in diese Wertschirmoptimierung rein oder die Wertschirmoptimierung ist teilweise der Ausgangspunkt davon. Also ich rede jetzt nicht darüber, wie das Coaching flächendeckend bei uns aussieht, sondern das sind die großen Projekte, wo wir sagen, da nutzen wir die Cutter, um da Lösungen auf diese neuen Richtungen zu finden. Im Hintergrund sehen Sie meine Heimat, das ist Phoenix Contact, ein weltweiter Hersteller von Automatisierungstechnik. Jedes Stammwerk in Nordrhein-Westfalen, 14.000 Mitarbeiter weltweit, 1,6 Milliarden Umsatz. Hier am Standort sind es ungefähr 3.500 Mitarbeiter und da bin ich einer von denen. Ganz kurz, wie sieht meine Erfahrungswelt und meine Welt, in der ich das hier gemacht habe, aus, damit Sie sich so ein bisschen in das Projekt reinfühlen können. Dieses ist ein typisches Produkt. Das ist ein Leiterplattenanschlussverbinder, also der dient dazu, dass Sie Kabel mit einer Leiterplatte verbinden können. Machen wir in 30.000 verschiedenen Varianten und laufen pro Tag zu zigtausenden bei uns raus. So sieht eine typische vollautomatisierte Montagelinie aus, auch kein Hexenwerk. Hier so Plattentransfersysteme, die werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Davon haben wir weit über 100 Linien. Das macht dann diese Gesamtgröße unserer Abteilung aus. Das sind in Summe ein Team von 700 Mitarbeitern. Und das bin ich, meinen Namen haben Sie schon gehört, und ich bin Leiter der Produktion dieser Geräteanschlusstechnik. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema. Mit der Kata den Wertstrom optimieren. Das heißt, Sie suchen sich natürlich, wenn Sie solche neuen Richtungen finden wollen, erstmal einen Wertstrom aus, den Sie optimieren können. Und dann haben wir irgendeinen genommen aus der Mitte unserer Prozesse, also einen von 100, und haben gesagt, den gucken wir uns genauer an, haben dann eine Wertstromanalyse gemacht und jetzt mal sehr vereinfacht, ohne sich jetzt mit technischen Details zu langweilen, sah dieser Wertstrom im Ausgangszustand so aus. Wir haben also einen vierstufigen Prozess. Am Anfang, erstes Kästchen, stellen Sie sich dort Spritzgussmaschinen vor, die Einzelteile produzieren. Die gehen dann in das erste kleine Dreieck, in das Lager. Danach gibt es einen weiter behandelnden Prozess für diese Kunststoffteile, um die überhaupt verarbeitungsfähig zu machen. Dann kommen die in das große Kästchen, das ist ein vollautomatisiertes Einzelteillager. Und wenn wir dann einen Auftrag in der Fertigung haben, kommen die aus dem Lager wieder raus und gehen hier in den Prozessschritt 3 rein. Dann funktioniert diese vollautomatisierte Montage. Und danach wird nochmal wieder zwischengelagert. Der letzte Schritt ist eine kundenspezifische Kennzeichnung dieser Produkte, damit auch ein Elektriker hinterher weiß, wo genau muss ich was anschließen. Ja, das sind wir dann tatsächlich abgelaufen. Und dieser Gesamtprozess, der hat eine Strecke von 580 Meter. Da müssen Sie sich vorstellen, drei Geschosse, unterschiedliche Gebäude, viele Transporte, viele Hubwagen und jede Menge Zeit. Und dann sind wir zu dem Zielzustand gekommen und haben gesagt, okay, was ist das Ziel dieses Projektes? Wir wollten schauen, ob sich einer unserer klassischen Fertigungsprozesse auch wirklich nach Lean-Prinzipien umbauen lässt. Und Lean-Prinzipien heißt, Sie haben keine Einzelteile mehr, Sie haben keine Fertigware mehr im Zielzustand und Sie haben idealerweise einen integrierten Prozess, der von vorne bis hinten in kürzester Durchlaufzeit läuft. Und das war der Zielzustand. Und maßstäblich mal dargestellt, in der Relation sieht das wirklich so aus. Wir wollten also diese 580 Meter auf 20 reduzieren. Und Sie sehen auch nur noch drei Kästchen, weil einer der Prozesse, nämlich der Prozess 2, ist rausgeflogen, weil er sich gar nicht in eine Fließfertigung integrieren ließ, weil der alleine 24 Stunden dauert. Es wurde gerade schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen numerisch abgeleiteten Zielzustand. Das hat einen Tag gedauert und dann hatten wir diesen Zielzustand fertig. Und auch auf Papier stehen und ganz konkret mit dem gesamten Team durchdiskutiert. Das heißt, hier sehen Sie, ist und ziel nebeneinander, wir wollten diese 580 Meter auf die 20 reduzieren. Wir wollten natürlich das Thema Personalbindung auch optimieren, von 4,3 auf 3 Meter weiter runter. Und dann mussten wir die Rüstzeit von 143 Minuten reduzieren auf 5 Minuten. Und glauben Sie mir, das war kein sportlicher Ehrgeiz, sondern das war die reine Mathematik. Wir haben 19 Stunden Laufzeit auf der Maschine und brauchen drei Stunden für Wartung, Reparaturservice, Entstören. Dann bleiben zwei Stunden Zeit. Und wenn Sie dann im Kundentakt fertigen wollen und Sie müssen 25 unterschiedliche Varianten am Tag liefern, dann müssen Sie 25 Mal rüsten können. Und wenn Sie das in zwei Stunden machen müssen, dann brauchen Sie diese fünf Minuten für den gesamten Rüstprozess dieser ganzen Anlage. Und so ist dieser Zielzustand numerisch wirklich aus der Zielsetzung als Fließfertigung arbeiten zu können entwickelt worden. Und dann waren diese Themen wie Laufzeit und Störzeiten und so weiter das waren einfach gegebene Größen, die wir in diesem Zielzustand mit aufgenommen haben. Und um Ihnen jetzt ein bisschen die Gefühlslage von diesem Team näher zu bringen und brauche ich ein Beispiel, was Sie heute Morgen alle erlebt haben. Das soll Ihnen ermöglichen, nachzufühlen, wie dieses Team vor diesem Zielzustand gestanden hat. Weil wenn Sie meinen Prozess nicht können, dann gucken Sie sich das an und sagen, ja, sieht ganz gut aus, aber das werden Sie wohl hinkriegen. Das ist ungefähr so, als wenn Sie heute Morgen nach dem Aufstehen gesagt haben, ich muss zum vierten Katapraktikertag, muss mich ein bisschen beeilen, also für die Duschen nehme ich mir mal fünf Minuten Zeit. Das ist jetzt der 580 Meter Prozess. Und dann heißt es, okay, wir müssen in 10,5 Sekunden duschen, inklusive Haare waschen und sauber werden, und weil wir ja einen Prozessschritt gerade rausgenommen haben, aber das Ganze bitte ohne Seife. Und jetzt haben Sie genau sechs Tage Zeit, um zu gucken, wie das in diesem Hotel in jedem Raum umgesetzt werden kann. Und diese sechs Tage in diesem Beispiel, damit Sie ein bisschen mitfühlen können, das waren unsere sechs Monate Projektumsetzungszeit und ab dem nächsten Tag wollten wir in Serie fertigen. Ja, ein bisschen fiktives Beispiel, jetzt werden Sie mich anschmunzeln und sagen, naja, mit den 10,5 Sekunden duschen ist ein bisschen überzogen. Das haben die Mitarbeiter, die in diesem Projekt am Anfang mitgemacht haben, auch gesagt. Flöger, meinst du das wirklich ernst? Und ich nehme Sie jetzt mit, wie das dann weitergeht. Also, was wir sofort gemacht haben, ist, wir haben uns natürlich überlegt, unsere interne Katastruktur, wie bauen wir die so um, dass wir erstmal aus der Montagewelt heraus, in der dieses Projekt entstanden ist, fähig werden, uns abzustimmen und dieses Projekt zu starten. Und das wurde gerade eben schon gezeigt, das mache ich jetzt mal sehr schnell. Wir haben halt den gesamten, den gesamten Zielzustand dieses Projektes, sehen Sie hier in der obersten Zeile, runtergebrochen, weil wir Prozesskennzahlen in dem Gesamtzielzustand drin haben. Da war natürlich diese Rüstzeit von fünf Minuten, das war eine dieser Kringel da oben. Und diese vier wichtigen Prozesskennzahlen haben wir sukzessive runtergebrochen. Also, jede Prozesskennzahlen hat wiederum ihren eigenen Ziel- und Istzustand, ihre eigene Zielerreichungsgrafik und das eigene Coaching-Tafel dazu bekommen. Und weil das mit diesen fünf Minuten so herausfordernd war, haben wir natürlich dann auch diese Prozesskennzahlen nochmal wieder runtergebrochen in drei weitere Steps, nämlich einmal Spritzkussmaschine rüsten, einmal Montagemaschine rüsten und einmal Bedruckung rüsten. Und dann waren wir im Grunde mit sieben, acht Mentees und Coaches gleichzeitig unterwegs. Und bis elf Uhr haben diese Kollegen, die jetzt alle in diesem Montageumfeld arbeiten, sich untereinander gecoacht und um halb elf ungefähr sich mit dem Projektleiter getroffen und ihm berichtet, was ist mein aktueller Stand, wo ist mein Problem, meine Hindernisse und was wird mein nächster Schritt sein. Und der Projektleiter war komplett um elf Uhr im Thema und wusste genau, wo die Entwicklung seines Projektes hier stand. Und dann hat das nicht ganz lange gedauert, dann haben wir gemerkt, dass wenn wir hier die ganzen Duschen umbauen wollen, das werden wir nie mit den Bordmitteln einer Montage alleine schaffen, sondern wir brauchen Partner. Wir brauchen Partner, die uns jetzt, wir müssen so tief in diese Systeme rein, dass wir das nicht alleine machen werden können. Und dann kam dieser Schritt, nämlich, dass wir Partner vom Campus hier mit in dieses Projekt aufgenommen haben und diesen Schulterschluss gesucht haben und wir haben unseren eigenen Maschinenbau, den eigenen Werkzeugbau und die Betriebstechnik hier mit an Bord genommen, indem wir denen erstmal diesen Zielzustand vorgestellt haben. 10,5 Minuten duschen. Ich brauche sie. Haben sie Lust mitzumachen? So ähnlich lief dann die Diskussion und das war eine Diskussion von 20 Sekunden und dann gab es diesen Handshake und dann sind wir tatsächlich durchgestartet. Und das war schon so, dass die Kollegen, die hier für diese Bereiche verantwortlich sind, mir natürlich ein bisschen tiefer in die Augen geschaut haben, ob ich das wirklich ernst mache. Aber ich glaube, einer der Erfolgsfaktoren waren, dass diese Zielsetzung mit den 10,5 Sekunden, sag ich jetzt mal in dem Beispiel Dusche, die war so attraktiv, dass sie gesagt haben, ja, klingt alles ziemlich fantastisch, aber wenn das gelingt, dann wären wir gern dabei. Und so ist dieses Commitment entstanden und da können Sie sich vorstellen, was das für eine Energie freisetzt. Und das war dann unsere Herausforderung für den nächsten Tag. Wir mussten uns schon überlegen, wie managen wir jetzt in Summe 30 Leute, die jetzt im vollen Galopp loslegen. Und wie kriegen wir diese Schnittstellen in den Griff, die sich jetzt automatisch auftun. Und dafür haben wir einen Besprechungsraum erstmal komplett leer geräumt und haben gesagt, und alles, was zu diesem Projekt gehört, muss in diesen Raum rein. Von der Projektskizze, von irgendwelchen Artikellisten, von Ziel- und Ist-Zuständen, von runtergebrochenen Ziel- und Ist-Zuständen, komplett alles in diesen Raum rein. Wenn ich da abends, wenn es ruhig ist, ich schließe mich da ein, dann will ich alles sehen können. Und was gleichzeitig alles rausgeflogen ist, das war alles, was mit irgendeinem Elektronik zu tun hat oder BIMAN oder Excel-Tabellen oder Microsoft Project als elektronisches Projekttool. Das ist alles rausgeflogen, weil wir uns dann täglich um 11 Uhr in diesem Raum getroffen haben, und zwar mit dem gesamten Team oder mit den Leuten aus dem Team, die an dem Tag einfach ein dringendes Thema zu klären hatten. Und diese Zeit 11 Uhr, die war gefixt und jeder wusste, um 11 Uhr treffen wir uns hier, um dieses Projekt zu bearbeiten. Und wir haben uns täglich gefragt, was ist der Zielzustand, gibt es irgendwelche Änderungen in diesem Zielzustand, und was wollen wir leisten können und wo stehen wir heute? Aktueller ist Zustand. Und wir haben natürlich jeden Tag gefragt, welche Hindernisse haben wir, wo klemmt es, was wollten wir seit gestern bis heute machen und was klappt, was klappt nicht. Und natürlich haben wir jeden Tag vereinbart, was konkret ist der nächste Schritt für den nächsten Tag bis morgen. Und wer macht das und wer braucht dafür was? In diesem Raum haben täglich im Schnitt irgendwas zwischen 10, 12, manchmal 15 Leute gestanden. Hat teilweise eine halbe Stunde gedauert, wenn es richtig kompliziert wurde, mal eine Stunde, aber es gab auch mal Tage, da waren wir 20 Minuten damit durch. Und zum Schluss haben wir uns immer gefragt, wo treffen wir uns morgen wieder? Wir haben uns immer da getroffen, wo die Luft am heißesten war, also entweder im Versuchsstand auf dem Maschinenbau oder im Werkzeugbau bei der Werkzeugabnahme oder eben halt im Montageumfeld, da wo dieser Prozess gerade aufgebaut und in Betrieb genommen wurde. Hindernisse hatten wir auch, das war nämlich die Terminabweichung, die bei uns auch jeden Tag vorkamen. Der Vorteil war, wir haben die natürlich innerhalb von 24 Stunden bemerkt und konnten dann sofort darauf reagieren. Das war eigentlich easy. Wir hatten das jeden Tag, aber diese Probleme waren halt immer, wie Herr Orlinger das eben auch sagte, die waren immer klein. Und dadurch waren sie schnell zu lösen. Einer kam an und sagte, ich habe eine Versuchsreihe gefahren und die hat nicht geklappt. Sollte aber heute fertig sein. Okay, was willst du machen? Ja, ich werde eine neue Versuchsreihe fahren. Ja, was genau ist an der ersten schiefgegangen? Ja, ich habe irgendeine Variable vergessen und die in meinem Testaufbau nicht berücksichtigt. Okay, welchen Einfluss genau hat die Variable? Ja, da ist die schreite Temperatur. Was genau war damit das Problem? Ja, ich habe da keinen Thermofühler eingebaut im Versuchsaufbau. Ja, was willst du jetzt genau tun? Was ist der nächste Schritt? Ja, ich baue den einen und mache einen neuen Versuch. Wann ist der Versuch fertig? Ah, heute Nachmittag 16 Uhr. Okay, dann treffen wir uns um 16 Uhr nochmal im gleichen Team, aber direkt am Versuchsstand. Das war dieses Thema hochfrequentes Coaching. Also dann, wenn es nötig war, haben wir uns auch ein weiteres Mal am Tag getroffen. Das war nicht die Regel, aber dann, wenn es eng wurde, wenn wir bemerkt haben, hey, wir fliegen hier gerade aus unserem Terminplan raus, innerhalb von 24 Stunden haben wir die Möglichkeit gehabt, uns auch ein zweites Mal zu treffen. Ach so, das war die, von Ihnen aus gesehen, die rechte Seite, die möchte ich Ihnen jetzt gerne nochmal etwas genauer zeigen. Das ist unser Projekt, so haben wir den genannt und bei dem Begriff ist es dann auch geblieben. Das ist diese Wand, in der wir mit Papierschnipseln im Grunde versucht haben, unseren Kurs durch dieses Projekt klarzumachen. Die gingen erst mal damit los. Das sehen Sie jetzt hier auf dem, ach so, jetzt kann ich Ihnen nichts zeigen. Also Sie sehen, dass Sie im Grunde diese schmalen Streifen, die Sie dreimal haben, hier diese Dinge, das sind Papierstreifen, das sind die Tage von 97 bis 0 rückwärts drauf und wir haben jeden Tag mit einem roten Edding praktisch diesen Stift diesen Tag abgehakt und haben gesagt, okay, wir haben es aber im Blick, wie viel Zeit wir noch haben. Und wir wollten tatsächlich am 15. Mai fertig werden und dann ging das im Grunde so in drei Phasen los. Zur Orientierung, mal kurz eingeblendet, dieses erste Drittel, da ging es eigentlich täglich darum, eine Meilensteinplanung auf die Ketten zu kriegen, zu sagen, wo müssen unsere Meilensteine liegen, was müssen wir überhaupt haben, wo müssten wir wann vorbeikommen, weil wir wussten, wir haben Spritzgusswerkzeuge, die nie irgendwie fünf Minuten tauglich werden, also wir mussten irgendwas komplett Neues machen, keiner wusste was, wir wussten nur, wir brauchen ein Kunststoffspritzgusswerkzeug, oder genauer genommen zwei. Und dann ist klar, Sie müssen eine Konstruktionsphase haben, drei Wochen, Sie müssen die Teile bestellen, die Sie für die Werkzeuge brauchen, kommen von weit weg, vier Lieferanten, also sechs Wochen, Sie müssen das Ganze zusammenbauen, erfahrungsgemäß, wenn es schnell geht, zwei Wochen, also anderthalb Wochen nehmen wir uns Zeit, Sie müssen eine Inbetriebnahme machen, Abnahme und Qualitätsprüfungen und so weiter, und dann können Sie dieses Ding rückwärts terminieren, und dann ist eigentlich der Meilensteinplan fertig. Obwohl Sie noch nicht wissen, wie die Lösung aussieht und wie so ein Werkzeug funktionieren soll, dass Sie das, in unserem Beispiel jetzt von fünf Minuten, der Teil, der auf das Spritzgießen reduziert ist, war genau anderthalb Minuten. Wie sieht ein Werkzeug aus, was Sie in anderthalb Minuten rüsten können, wenn Sie heute eine dreiviertel Stunde brauchen? Das wusste keiner, als wir diese Planung gemacht haben. In der Mitte des Projektes haben wir dann relativ schnell festgestellt, das ist so dieser Bereich hier, das sehen Sie an den breiteren Kästchen, wir müssen viel schneller merken, wenn irgendetwas nicht läuft, die Meilensteine alleine helfen nicht, wir brauchen Wochenziele, und dann waren wir mitten im Projekt, da haben wir relativ fix gemerkt, wir brauchen eine Woche, bis wir merken, wenn was schief geht, wir müssen runter auf die Tagesebene, und das sehen Sie hier auf dem letzten Drittel, da hängen nur noch kleine Kärtchen, da war im Grunde wirklich jeder Tag genau durchgetimt, und das haben wir uns jeden Tag angeschaut, und wir wussten genau, was an dem Tag passieren sollte, und wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann stand das gesamte Team vor genau dem Thema und konnte sich da unmittelbar fokussieren. Und damit komme ich auch schon zu dem Nutzen dieser Projektsteuerung, und dieses Foto sagt eigentlich alles. Bei Abweichungen haben Sie eine unmittelbare Fokussierung. Das heißt, das gesamte Team steht da, und weil wir vor Ort waren, guckt auf ein Problem, und ich garantiere Ihnen, irgendeinem in diesem Team fällt was ein, wie es an der Stelle weitergeht. Also das ist eine unheimliche Lösungskompetenz in einem Team vor Ort, die dann da zusammenkommt, und das geht irgendwie weiter, da kann kommen, was will, aber irgendeinem fällt dort was ein. Sie haben natürlich den Vorteil der frühestmöglichen Erkennung von Hindernissen, bin ich schon ausreichend darauf eingegangen, aber das ist eigentlich der Kernfaktor. Nochmal entscheidend ist für den Erfolg eines solchen Projektes, dass Sie im Grunde die größtmögliche Kompetenz aus dem Unternehmen direkt hier haben. Es gibt niemanden, der Detailentscheidungen jetzt besser entscheiden kann, und heute weiß, welche Entscheidung heute am besten zu treffen wäre. Das ist dieses Team, und wenn Sie dafür sorgen, dass die Entscheidungskompetenz auch in dieses Team noch reinkommt, dann können die wirklich alle Entscheidungen innerhalb von 24 Stunden treffen. Und das haben wir hier über ein halbes Jahr lang, und es gab viele Entscheidungen, das haben wir über ein halbes Jahr lang tatsächlich realisiert, dass kein Entwickler und kein Einkäufer auf irgendeine Entscheidung länger als 24 Stunden warten musste, und de facto sind wahrscheinlich über 90% der vielen, vielen kleinen Entscheidungen eigentlich direkt an dem Tag getroffen worden. Ein Top-Infostand für alle Beteiligten, der lässt sich gar nicht mehr vermeiden, und wir haben über ein halbes Jahr lang keine Protokolle geschrieben, wir haben kein Lastenpflichtenheft für Werkzeuge oder für Maschinen geschrieben, das wurde in dieser Runde abgestimmt, was wir vor Augen hatten, war dieser gemeinsam beschriebene Zielzustand, an dem haben wir uns alle orientiert, und das war ausreichend. Der Rest lag eigentlich in der Erfahrung der Mitarbeiter, die mitgemacht haben, und mehr war im Grunde nicht wirklich nötig. Ja, jetzt werden Sie es ahnen, tatsächlich, wir haben also diesen Zielzustand erreicht, und wir haben auch den Zieltermin erreicht. Kurzer Einblick von dieser Folie, wir haben an dem Tag in viele zufriedene Gesichter geschaut, in viele stolze Gesichter geschaut, weil die natürlich sich an Samstagen freiwillig da mit reingehängt haben, die haben wirklich geschwitzt, aber die waren auch wirklich zufrieden, und die waren stolz auf das, und das konnten Sie sehen, als wir am Tag Zieltermin diese Anlage vorgestellt haben, da haben natürlich die Leute und ihre Kollegen an die Seite genommen und gesagt, Mensch, guck mal hier, und das hier, und das ist mein Beitrag, und in dem Werkzeug, das ist meins, und in der Maschine habe ich das und das gemacht, und das war natürlich ein Highlight für die Leute, da mitgemacht zu haben, und dann auch zu sehen, dass so ein Ding wirklich funktioniert. So, vorletzte Folie, ich liege noch halbwegs in der Zeit, Erfolgsfaktoren zusammenfassen, warum hat dieses Projekt funktioniert, hatte ich gerade schon gesagt, in meinem Foto haben Sie es gesehen, diese unmittelbare Fokussierung von einem gemeinsamen Ziel, was auch so gleichmäßig auf die Mitwirkenden verteilt war, dass jeder gebraucht wurde, aber auch jeder die Chance hatte, zu zeigen, was er drauf hat. Also ein Werkzeugbau musste nicht nur schuften, sondern der konnte zeigen, wie man das beste Werkzeug der Welt baut, was sich in anderthalb Minuten rüsten lässt. Der Maschinenbauer konnte zeigen, wie man eine Systemintegration hinkriegt, und konnte mal richtig zeigen, was er drauf hat, und eine Montage konnte sagen, wir haben mal gezeigt, wie wir das Ganze hinterher bedienen, rüsten, und wie das Ganze dann hinterher in der Anwendung aussieht. Also da war für jeden einfach was dabei, um auch zu zeigen, was er drauf hat, und jeder hatte in diesem Projekt das Bestreben zu siegen, und da wollte keiner sagen, und an mir hat es gelegen, dass dieses Projekt nicht funktioniert hat. Und das hat, glaube ich, auch diese Triebenergie da reingebracht, um das Ding laufen zu lassen. Die kurzzyklischen Abstimmungen und diese schnellsten Entscheidungsprozesse innerhalb von 24 Stunden war eigentlich das, was die Leute unterwegs beflügelt hat, zu sagen, jup, und ich kriege auch die Entscheidung, die ich brauche, und das hat einfach den Spannungsbogen gehalten. Ausgeprägte Vertrauenskultur, das geht nicht anders. Wenn Sie das machen, wird das so sein, das ist meine Prognose zu dem Thema. Aber dieser Punkt, da muss ich mal kurz drauf eingehen, auch wenn die Zeit knapp ist, der hat mich am meisten überrascht. Wir lernen nämlich mit dem Thema Cutter, ja, wir sind alle in tiefen Gedankenbahnen und lang eingetretenen Wegen, und die zu verlassen, dafür müssen wir Cutter so häufig üben, dass uns das gelingt, und es ist einfach schwer, aus den alten Bahnen rauszukommen. Was mich hier in diesem Projekt wirklich überrascht hat, und wo ich immer noch dabei bin, zu überlegen, was hat das genau ausgemacht, ist, dass wir hier mit 30 bis 40 Leuten gestartet sind, die alle mindestens 15 Jahre Betriebszugehörigkeit haben, und dann geben Sie diesen Leuten einmal komplett andere Rahmenbedingungen, und dann können die alle aus dem Stand, aus dem Stand, und ohne Übung, ohne Ansagen, und ohne Seminar vorab, und ohne thematische Einstimmung, die können alle definitiv anders. Das hat mich entworfen, und ich gucke noch mal, ich überlege noch, was das wirklich bedeutet. Also was für eine Konsequenz müssen wir für unser Führungssystem daraus ziehen, denn diese Leute haben am Anfang erst mal nichts gesagt. In der Mitte des Projektes haben die gesagt, oh Mensch, dass du das ernst gemeint hast, das haben wir am Anfang gar nicht geglaubt, weil es ist ja so irre, aber wir kommen ja eigentlich ganz gut voran. Und am Ende des Projektes haben die gesagt, Mensch, ist uns doch eigentlich klar, also zukünftige Projekte, die müssten wir doch eigentlich immer in diese Organisation fahren. Also das ist mit Leuten passiert, die einfach mal reingesprungen sind noch mitgemacht haben und eben keinerlei Training hatten. Finde ich eigentlich den Bringer in diesem Projekt. Ja, und natürlich wird erst durch diese übergreifende Zusammenarbeit dieses Potenzial, was sie in ihrer Firma haben, wirklich genutzt. Das Potenzial ist jeden Tag da, aber wie häufig nutzen wir das? Ja, es gibt ja diese ganzen internen Baustellen, die internen Dienstleister tun ja immer nicht das, was man gerade braucht und sind nicht schnell und nicht verfügbar und haben andere Zielsetzungen und sind zu teuer und mit den externen ging das besser. Dies war das Gegenbeispiel, wie man das Unternehmenspotenzial durch diese übergreifende Zusammenarbeit echt so nutzen kann, dass man entscheidende Schritte nach vorne kommt. Kriege ich noch zwei Minuten? Okay. Dann mache ich mit der Projektvorstellung hier Schluss. Und falls Sie sich jetzt fragen, wie sieht denn das, das ist ja dieses Projekt, da machen wir zwei oder maximal drei im Jahr von. Wie sieht denn der Alltag mit Kata beim Plöger zu Hause aus? Da möchte ich Ihnen noch diese eine Folie zeigen, losgelöst von diesem Projekt, Projekt ist jetzt zu Ende, also woran arbeiten wir jetzt, nachdem unsere Einführungsphase mit den Coaches, mit diesen 100 Trainings alles durch ist, jetzt im wahren Leben, woran arbeiten wir da, was machen wir, was sind so unsere Trainingsschwerpunkte, also wir müssen immer noch dieses korrekte Coaching üben und da brauchen Sie irgendeinen, der auch dabei ist und Leuten weiterhilft. Wir haben natürlich auch unsere Coach-Coaches gehabt in der Ausbildung, die haben wir jetzt in der, nennen das mal freien Wildbahn natürlich nicht mehr, aber Sie müssen irgendein System finden, wie Sie weiter korrekt üben können, das ist nicht so, dass man mit 100 Coachings fertig ist. Das Definieren von Zielzuständen und passenden Prozesskennzahlen ist immer noch schwer, weil Ihre ausgebildeten Coaches haben das maximal dreimal gemacht und dann machen Sie es alleine, das ist nicht so trivial, wie man meint. Wir machen keine um jeden Preis Kata-Projekte mehr, es gibt auch Projekte, da bietet sich die Kata nicht als erstes an, also machen Sie nicht alles mit Kata, weil Sie gerade die große Euphorie haben, es gibt auch Projekte, da kann man sich gut mit auf den Bauch legen, das machen wir nicht mehr, aber es gibt die Mehrzahl der Projekte, die tatsächlich mit Kata super und zwar besser bearbeitet werden können. Ein wichtiger Punkt so im wahren Leben ist dann hinterher die Kompetenz der Mitarbeiter, mit dem Herausforderungsgrad der Projekte zu matchen. Die Bedarfslage ist da, zu sagen, jetzt habe ich zehn Jahre lang diese riesen Probleme gehabt, jetzt habe ich so endlich meine Coaches, jetzt können wir noch mal loslegen und dann kommen die wichtigsten und die dringendsten Probleme auf den Tisch und das sind nicht die, wo die gerade frisch gebackenen Coaches am besten mit zurechtkommen. Also da vielleicht auch noch sich in Geduld üben ist, meine Erfahrung hilft vielleicht, das so übertreu zu kriegen, dass die frisch gebackenen Coaches erst mal schnell Erfolgsprojekte sammeln. Ja, auch ein wichtiger Punkt vorletzter, aus meiner Sicht ist es wichtig, wenn dieses Thema Kata in ihrer Unterorganisation, in ihrem Unternehmen, in ihrer Organisation wirklich ankommen soll, dann muss das irgendwann so selbstverständlich sein, dass die Leute sich so unterhalten, als wenn sie sich normal unterhalten und nicht als wenn sie in einem Trainingskurs waren. Und dann müssen die irgendwie ihre eigene Identität und auch Authentizität wiederfinden. Und dann sollen sie bitte ihren persönlichen Stil mit in diese Coaching-Gespräche reinbringen, aber bei hundertprozentiger Systemtreue. Also nie frage ich, was ist dein nächster Schritt, wenn dieses Hindernis nicht hundertprozentig klar ist. Aber ich spüre das so, das ist ein großes Verlangen dieser Leute. Ich möchte auch ich bleiben und ich rede halt nun so und so und man muss nicht zwingend jede Frage genau wörtlich, aber der Sinn, der Zweck und genau der Punkt der Frage, der muss erst rein voneinander abgegrenzt im Gespräch vorkommen. Das üben wir gerade. Ja, mein letzter Satz heißt, wenn Sie jetzt derjenige in Ihrem Unternehmen sind, der sagt, und deswegen, ich mache jetzt Cutter und ich will Cutter und jetzt habe ich das eingeführt und jetzt läuft das alles super. Wir haben jetzt viele Coaches on Tour und eigentlich habe ich noch jede Menge andere wichtige Aufgaben, zu denen ich mich jetzt berufen fühle. Und das Thema Cutter ist jetzt eigentlich langsam delegationsfähig. Dann muss ich jetzt mal das Weitergeben nach unten und dann können sich da andere mit beschäftigen. Dann ist mein Gefühl im Moment, vergessen Sie das ganz schnell wieder, wenn Sie diese Kiste mit Cutter zum Fliegen kriegen wollen, dann müssen Sie wirklich absolut jeden Tag selber dranbleiben. Okay, dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.